hallo hier ist user paul mit dem thema firefox die ungefähre standort ermittlung deaktivieren für das standortbezogene surfen wird der ungefähre standort mein ungefähre standort mittels ip und wlan ermittelt firefox nutzt den externen dienstleister google location services für die ungefähre standortbestimmung die ip infos über funk zugangsknoten und eine zufällige identifikationsnummer werden dabei übermittelt die möglichkeit die standort ermittlung für eine bestimmte seite zu blockieren findet man unter extras seiten informationen berechtigung hier kann man nun die standort ermittlung blockieren die generelle blockierung der ungefähren standortbestimmung passiert mit folgenden schritten man öffnet einen neuen tape gibt ein about doppelpunkt config ich werde vorsichtig sein versprochen einklicken nach geo suchen und jetzt hier bei geo punkt enabled doppelklick drauf so dass als wert ein falls erscheint ebenso unter geo punkt wifi punkt uri einfach hier den wert löschen entfernen und ok so dass hier nichts mehr als wert drin steht ok das war user paul von open screen cast und viel glück